Woher gehen wir gerade aus? Wer fährt weiter? Eben, ist der der Besuch? Die Nummerquill ist ab. Es ist ganz spät, ganz spät. Hast du es? Ja. Der hat noch kein Schild. Doch. Der hat noch ein Schild. Der hat noch ein Schild. Der hat noch ein Schild drauf geholt. Überdeck nicht mehr. Seht ihr jetzt wobei einer drin oder was? Was machen Sie jetzt? Ich finde schon auf BMW aus, dass sie gesehen sind. Aber jetzt muss ich hinfahren. Bist du mit... ... Du bist doch hier? Du bist doch nicht schild. Vielen Dank.